Herr Koch, was gibt es für einen neuen Erkenntnisstand um den Tod von dem 22-Jährigen in Mörbisch? Am gestrigen späten Nachmittag ist die Obduktion durchgeführt worden. Vorläufig gibt es aber aufgrund der Obduktion schon Hinweise auf Fremdverschulden und auch auf eine Gewalteinwirkung auf das leider verstorbene Opfer. Das heißt, es besteht der Verdacht einer Gewalttat. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Mehr kann im Moment noch nicht dazu gesagt werden.